Das sieht aus wie in einem Kriegsgebiet. Hey Sheriff, hab's den Zivil fast nicht erkannt? Ist mein Feiertag, ich freu mich auf ein ruhiges Wochenende. Wir haben ein Problem. Es sind schwer bewaffnete Leute eines Kartells unterwegs zur Grenze. Und sehr wahrscheinlich wollen sie zu euch. Ich hab genug Blut und Tod gesehen. Ich weiß, was uns erwartet. Ich lass diesen Kern nicht durch unsere Stadt. Ohne mich zu wehren. Ganz reizend. Wie fühlen Sie sich, Sheriff? Alt. Los, los, los! Bringen Sie alles mit, was Sie haben. Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin der Sheriff. Wow, Sie haben mächtig Muskeln. Waren Sie trainieren? Wow! Hurra- ... Untertitelung des ZDF, 2020